Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts, nicht World of Final Fantasy. Im letzten Mal sind wir hier zum Grafen gegangen, der aber irgendwie nicht der wirkliche Graf ist, oder zumindest teilweise, aber irgendwie besessen oder keine Ahnung. Das größte Problem ist einfach nur, dass wir gerade in der falschen Formation kämpfen. Schauen wir mal, ob wir es trotzdem hinbekommen. Okay, hat schon mal keine Resistenzen. Ich kann ihn selber nicht fangen. Also bekommt er jetzt erstmal einen Kreuzfrügel ab. Bam! Okay, der kann einen Stapel kaputt machen. Schon mal gut zu wissen. Verursacht Schlaf. Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Na, dann machen wir mal Katzenkrallen. So, um ihn einzuschläfern. Wir sind den Stapel mal kurz auf. Stapeln euch dann wieder. Und schmeißen euch einen Heiltrank in den Rachen. Oh, was ist denn mit dem Ton los? Entschuldigt das bitte, aber ich habe auch keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich kann ja mal einen Erlöser holen mit der Überseel oder der Supernova. Mit Stärke der Gruppe. Komm, wir probieren es mal. Und holen uns mal die Supernova. So, sehr viel Wrath. Hilf uns mal bitte. Oh Gott. Okay. Der Angriff tat auf jeden Fall weh. Die Musik bleibt gerade auch da. Das ist cool. So, jetzt ist die Musik wieder normal. Aber dann wurde meine Stärke noch erhöht. Äh. Wow. Okay. Ähm. Ich würde euch gerne aber erstmal wieder am Leben haben. Wie. Achso, es belebt alle wieder. Okay. Warum nicht? Wenn alle wieder belebt werden, habe ich tatsächlich nichts dagegen. Ähm. Mal Heiltrank, bitte auf Plan. Der ist mal wieder bei Kräften ist. Und jetzt holen wir uns einfach noch den Krieger des Lichts. Die Überseele. Coole Musik auf jeden Fall. Okay. Okay, ziemlich cool. So, viel hat er nicht mehr. Ähm. Trotzdem meinen wir erstmal kurz die Dunkelpralle. Geht mir jetzt zu meinem Geist. Okay, Courage, erhört seinen Angriff. Vielleicht hast du die Gruppe, wo einem gesagt wurde, ähm, man soll lieber mal nicht stapeln. Könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen. Aber es klappt ja ganz gut, insofern. Kriegen wir es auch so hin. Ja, da macht der Turmbrecher nämlich plötzlich auch keinen Schaden mehr. Der macht nur Schaden, wenn wir in einem Turm sind. Gut. Trotzdem noch gewonnen. Auch wenn wir unter etwas ersperrten Bedingungen kämpfen haben mussten. Megaphönix und drei Allmarkistalle bekommen. Sehr schön. Machen wir mal schauen, dass wir die Allmarkistalle demnächst auch wieder nutzen können. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Why are you stopping? Show me more! Does fate find us? Has destiny aligned us? Show me! Sir Separatus! What? Why are you... You are a fool to so much as inquire. An imbecile beyond belief to let a medium to champion on fire! Uh... Okay? That's not good. Away from death. Away from lifeless. Contain them or you'll... what? Quick, this way! Huh? Isn't that the same? Well, are you making something or not? Okay! We're back to your life! Go! Okay! The guards would caution us. Is this a sign that will not go on challenged? That there's no way to know the pieces are alive? No way to me. What? Huh? 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 Wie heißt das so schrecklich? Du bist der schrecklich hier. Unglaublich. Würdest du einfach diese auf? Und wiedersehen in die Stadt? Gah! Was die Hunk? Huh? Ist das raus aus dem Meer? Let's-a-me! Ich will die Turn! Hey! Rathia! Du solltest du auch sehen! Was ist denn bitte mit dem Ton los? Entschuldigt bitte, das passiert gerade die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Was ich sagte? Every member state in the Federation is trussed up like this. So, I thought I'd bring the lenses here, but maybe I didn't have to. The Thane was visibly crazy. What in Grimoire is going on? Okay, I guess we'll file that one under no one knows. So, what do we do? We came here to ask about the League of S, but all we found was a lot more questions. Sorry, did you say the League of S? Yes. That's right. Oh. If that's all it is, then maybe I can help you out. You can? Oh, sure. I know a few people right here in Saronia who should be able to get in touch with the League. I'll ask them to pass on your message. Do you mean it? Thank you! Sherlot has been around a lot longer than she looks, so she knows tons of people. Isn't that great? Don't you talk about my age. So, like, what's with you and the catamorphosis? That is a very long story that I don't feel like telling. But I will say this. Cats get around. Huh? Yep. Oh, that's cool. Yup. Okay. So, the real question is, what are you two planning to bite off next? We've still got a lot to puzzle over, but now that the League of S thing is settled, I think we'd better resume our quest to find Mirages. Yeah. Plus, we've got that castle. And mom to track down along the way, too. Sounds pretty good to me. From here, the best place to go next would have to be the low seas. In which case, you basically have no choice but to find a boat down at the docks. I guess this is the last town on the continent. Okay, then. We'll figure something out. So, what about you two? Are you coming back to the Solace, Raphia? The wolves have been taken care of now. So, the only thing to fight off is the cold. Sure. I need some time to digest this business with Uncle Taka. The Solace sounds great. If you'll have me. Of course I will. Well, you two, thank you so much for everything. Best of luck in all your adventures. Thanks. Take care. Hey, Sherlotta. Thanks for stepping in to help. Sure. Speaking of stepping in. I don't suppose you were planning to make it up to me. For trancing on my tail. Oh. That really was you. Gosh, I was kinda hoping you'd forget. Raphias' Helden-Emblem bekommen. I wanted to ask the question, but if she's a medium, why couldn't we her as a champion? Yeah, but we can't do that. Or have we that. Na, good. So, we're going to ask Saroneas to ask a boat. Okay. Let's do it. 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 Neun Items an. Machen wir uns mal lieber wieder groß. Nicht, dass wir wieder in irgendeinen Kampf reinfallen. Ach ja, wurden wir überhaupt geheilt? Chapter 8. Buccaneer Blues. Okay. So, let's see. Raphias said to borrow a boat at the docks and head to the low seas. Well, then why don't we try asking around town? And see if anyone's renting them out. Hey, did you hear? There's a real pirate ship in the harbor. It's so cool. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir wahrscheinlich mitfahren werden. Wenn es schon das Kapitel unter Piraten heißt und der sagt, da ist ein Piratenschiff vorankert, dann weiß ich schon genau, wo wir hin müssen. So, einmal aber bitte da, um mich zu heilen und einmal bitte mich umschauen. Vielleicht gibt's ja wieder irgendwas Neues. Zudem gehen wir einmal bitte hier rein, um uns das neue Helden-Emblem zu holen. Na? What now? Which channel? Raphia. What now? Whose soul will you touch? Was hab ich denn jetzt hier? Die Eisbrücke. Raphia kehrt zu Charlottas Herberge zurück, um sich von Schrapaz in Saronia zu holen. Auf dem gefährlichen Weg durch die Eislandschaft hat sie sich so ihre Gedanken gemacht und beschlossen, eine sichere Route zu erschließen. Waren sich die beiden noch für mich zur Nebula-Krotte. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir die doch einfach mal gleich. Wenn wir einmal da sind. Warum nicht? Hmm, ich denke, dass es keinen Punkt in mir in der Begründung auf das jetzt ist. Gerne, um in die Stadt zurück zu kommen ist eine wirkliche Schmerz in der Neck. Vielleicht mit etwas Magik. Ich denke, ob ich nur ein Eisbrüch hier könnte. Oh ja, ich denke, ich weiß nicht, wie ich benutze, Blizzards-Magik. Oh man. Ihr Name war Shiva. Sie hat gesagt, dass sie irgendwo in Cornelia leben können. Oh. Ja, Shiva könnte das definitiv schaffen. Warte mal einen Moment. Wenn wir eine Brücke bauen, die direkt in die Stadt führt, dann wird wer noch mehr auf der Solace stehen? Hm, ich kann das sicher nicht mehr haben. Hey, Revia! Wir haben noch nicht gesagt, dass wir das übergehen. Grief. Wie soll ich mich übergehen? Das ist lustig. Ich dachte, dass ich dir, dass ich es selbst kann. Hey! Wo ist Shiva? Geh hier, auf die Double, damit wir ein paar Beziehungen können. Oh, sie kommt halt wirklich. Hahaha, du willst mir, dass ich zu dir kommen? Wie soll ich dich auf Eis und stehe dich auf meine Wallen? Oh, nein, danke dir. Unless you're hiding some handsome men, then I'm done with you now. Goodbye. Wir haben noch nie gesagt, dass wir mit dir fertig sind. Uh, so, wir wollten uns für ein favoritzen. Ein favoritzen? Hmm, ein Bridge of Ice? Ja, wir haben gehört, dass du ein Spezialist bist. Du musst dich verraten. Ich bin nicht derjenige, der der Trick der Ice-Bridge macht. Oh, aus Ihrer Liga? Wir wollen uns mit zweiten Tier Mirages abschaffen. Woh-woh-woh, woh-woh! Woh-woh, woh-wait, wohh! Woh-woh, woh-wait, wohh, woh-wait, just a minute! When did I say that I can't do it? I heard what you said. Aber Bridges are the other Shiva's job. Sssst. Wenn du zu klein-time, dann sagst du so. Ich spreche nicht so als all! Und du, darfst mich für klein-time? Okay. Sie hat Shiva angepisst. Ja, ich habe mir schon was gedacht. So, erstmal schauen. Okay, dann Analyse erstmal. Mal schauen, ob ich sie fangen darf. Aber wahrscheinlich nicht hier bei Anna Crow. Äh, nicht bei Anna Crow, bei dem namenlosen Mädchen. Ja, kann nicht gefangen werden. Schade. Aber, was ich machen kann, ist erstmal mal schauen, was... Achso, ich muss erst ausrüsten. Ähm, dann... Rosa. Jawohl, ja, 5100... Äh, 5019. 519, nicht 5000. 5000 wäre ein bisschen viel. Dann wäre sie schon down. Ähm... Gut, dann erstmal... Schön auf ihren Schwachpunkt einhauen. Dann hält sie nämlich tatsächlich gar nicht mal so viel aus. Oh, ja, 700. Ja. Ich schläfe uns doch nicht ein. Wir pflasten noch. Ah, wir haben ja schon gut die Hälfte abgezogen. Oh, oh. Au. Der tat weh. Nehmen wir uns erstmal ein bisschen. Ne, wir dürften sie eh gleich haben. Gut, dann gehen wir jetzt voll auf Angriff. Hoffen. Uah. Dass sie uns nicht tötet. Nehmen wir die Latte noch. 430. Das sollte ich auch mit normalen Angriffen hinkriegen. Ja, genau. Jawohl. Shiva erledigt. Booyah. Oh, vergesst es. Habe es deinen Weg. Okay, ich werde dir deine stupide Eisbrücke bilden. Glück? Hä? Oh, vielen Dank! Okay. Sie bekommen ihre Eisbrücke. Okay. Ich werde dir okay. Warum nicht? Was? Was jetzt? Wo sollst du... So, dann gehen wir gleich in die nächste Runde hier. Keine Gnade! Schauen wir doch mal, was das jetzt bedeutet. Okay, Sherlotta. Das ist der Ort, den wir darüber gehört haben. Hm... Es ist hier... Es ist hier kalt. Schauen wir uns das mit, damit ich zurück in die Runde gehe. Genau. Ich glaube, ich glaube, dass sie uns lange warten wird. Lass sie... Lass sie... Hörst du das? Sie ist hier! Lass deine Gille und Schmerz! Und wir gehen von diesem Ort! Was zur Hölle bist du denn bitte? Tee, sie muss die Runde sein! Äh... Ich glaube, das ist möglich. Nein, wer sonst muss die Runde sein? Das Skeleton, der Mirage, Lich! Was? Oh, ich verstehe. Lich? Rich? Ha, ha, ha! Well, zu schlecht, Prinzessin! Ich habe keine Gilde mit meinem Namen. Und du schlägst? Well, tecniclich lässt du ihn nicht den Geld entnehmen. Also, er sagt eigentlich die Wahrheit. Okay, also wissen wir auch schon mal, wer sich um das Geld kümmert. Ich nehme an, dass das der Schwachpunkt ist. Scheint auch zu sein. Wir machen trotzdem die Analyse. Und schauen mal. Kann nicht eingefangen werden. Wind ist tatsächlich noch gar nicht mal so schlecht. Okay. Warte mal, wie viel HP hat sie? Auf 4000, okay. Okay. So, sehr schön. Die Konters sind immer sehr gern gesehen. Äh, 627. 456. Ähm, wie sieht denn die Elementsynergie vorher grad aus? Hey. Auch nicht schlecht, aber es war ein Crit. Also anscheinend der andere Angriff doch besser. Oh. Okay, und er greift random irgendwen an. Dann einmal Vitra. Dann einmal Vitra. So. Kurzer nochmal. Ah, ich glaub den Creme jetzt auch so down. Jawoll. Ja. Ja. Haha. Ja. 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 Die sind Alme whied. Aber. Ja. Du bist da oben da oben da oben da oben! Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, you really mean it? Yes, I'll do it. I'm on the job. And don't you go threatening them or stealing their valuables. Oh, I would never dream of it, mistress. I have a purpose. Something to live for at long last. You just got through telling us you're dead. Well, that should take care of that. Raphia, we're leaving. Oh, right. Hey, wait, mistress. I'm going with you. Nope, your job is right here, 24-7. Ha ha ha. Is that even legal? Sagt die Gewerkschaft da nichts dagegen. Alter Schwede. Aber okay. Ja. Schlecht. Nicht schlecht in die... Ei, 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 ei. Ähm. So. Genau, was ich sagen wollte, was ich mitbekommen habe. Man kann sich hier nämlich dann die Belohnungen hier abholen. Zombie Prinzessin, zwei heilige Fackeln. Okay. Wofür sind bitte die heiligen Fackeln da? Sabot Bannen auf alle. Ha, nicht schlecht. Als Zombie Prinzessin anscheinend auch ein Gegner, den man nutzen kann. So, ich will nochmal kurz gucken, habe ich irgendwas Neues freigeschaltet? Hass bleibt Hass. Okay. Eine spukhafte Mirage und die Zombie Prinzessin soll helfen. Okay, interessant. Bin gespannt, worauf das noch hinauslaufen wird. So. Es gibt aber noch zwei Sachen, die ich dann machen möchte. Nämlich einmal zu dir gehen. Willkommen. Mal schauen, ob du irgendwas Neues hast. Mit ganz verschiedenen Samen halt. Rein theoretisch hätte ich ja sogar genug Geld, um das einfach mal zu nutzen. Aber lieber erstmal nicht. Danke. So. Dann noch kurz ein Abstecher zu Seraphie. Vielleicht hat die wieder was auf ihrem Kopf. Ähm. Ähm. Hier. Hilf dir selbst. Was? Mirage? Ähm. Oh Mann. Okay, das sind alles Leute, die wir schon hatten. Also hauen wir die einfach weg. Soll ich dem nachher kein Problem darstellen. Ja. Okay, benutzt man Fertigkeiten zufällig. Das ist ja böse. Die Konfusion, das einfach Fertigkeiten sogar nutzt. So. Was war bitte das gerade? Just between us. I've heard that the Chocobo on Chocolaté's head is the real her. Ha, just kidding. Okay. Ähm. Grimmar. Sometimes. Hm. Noch irgendwas, was ich irgendwie machen kann. Vielleicht. Fragezeichen. Mal schauen. Ansonsten will ich nur nochmal zu Charlotte das Herbergische gehen. Ähm. Okay. Und zwar. Im Endeffekt einfach nur, um zu gucken, ob da jetzt wirklich eine Eisbrücke ist. Port Zeronia. Ähm. Weil rein theoretisch haben sie da jetzt eine Eisbrücke hingebaut, ne? Ich sehe aber keine. Vielleicht hat sie sie wieder doch kaputt gemacht. Haha. Was zählt halt so gesehen nur für was anderes? Naja. Also, wohl keine. Kann ich jetzt eigentlich bei ihr noch was kaufen oder so? Ähm. Hi. Hi. Oh, hang on a sec. You must be those Miragekeepers, M'lady is all BFF with. Step right up, folks. Oops. Old habits. Oops. Old habits. I don't know. Lodgings! We've got your lodgings! Shake off the cold at M'lady's show. I don't know. I don't know. Old habits. Sie ist gut. Sie ist mega gut. Okay, sie ist da. Warum ist die Eisbrücke nicht da? Charlotte, da hast du die Eisbrücke gehabt gemacht. Oh. Ich darf ja nicht. Ich würde ja gerne. Lass mich ja nicht. Oh, hallo da. Wie geht die Eisbrücke? Was? Komm, was? Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir uns auf zum Saronia Hafen machen und uns dort ein Schiff suchen. Also, bis dann.